Sanke Sakai Fischfarm, 60 cm frischer Sandseil, weiblich. Auch hier schönes Tier, guten Body. Sumi ist noch in der Entwicklung, ist noch nicht fertig, hat hier an der Backe ein bisschen Lieb anliegt. Manche können halt damit leben, manche nicht. Es ist eine kleine Schönheitsmarke und da muss jeder selber entscheiden. Der Fischfarm hat noch nicht so viel Sumi, wie gesagt, das ist noch nicht fertig, das entwickelt sich nicht. Ansonsten kann der Fischfarm 75-80 cm werden, hat eine tolle Körperform und ein gutes Brenning. Schöne Hautqualität.